so und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier bei mir bei stefanie und heute zeige ich mal heute mache ich mein minecraft zu einem video und ich zeige euch mal den baufortschritt was ich gerade gebaut habe das hier muss dann alles bearbeitet werden und so sieht jetzt momentan die stadt aus das ist die reichste stadt ich habe mir auch schon überlegt wie ich das ganze mache nur dass ich das ist also geradeaus hier noch weiter hier baue und irgendwann einen schönen großen schloss oder so baue mal schauen wie ich mir genau überlegt hatte es wird auf jeden fall ausgänge geben wo wir auch also hier ist ein ausgang und da und dass wir außenrum auch noch paar ja dörfer machen wo auch andere leute leben also vielleicht vielleicht nicht so reich ist reich sind oder so keine ahnung und hier haben wir den ersten haus in der stadt zwei häuser hier ist der stall pferdestall mit dem heuboden und hier haben wir ein einfaches gemütliches haus für familie drei familien genau sind drei betten und hier haben wir einen scheune mit ja wo man wo jemand hier ein bisschen holz arbeitet und hier fässer weinfässer lagert und schmiede dass ich halt werkzeuge bauen kann und sobald so gut ist es momentan fertig und sorry dass ich gestern nicht gestreamt habe ihr habt ja bestimmt gemerkt dass ich nicht gestreamt habe es lag auch daran weil ich halt mit meine familie was unternommen habe wir haben gestern sehr viel und lange mario party gespielt für jungen die es nicht wissen oder nicht kennt mario party mario party ist ein cooles mega cooles spiel wo wir zusammen spielen das ist so familien spiel wo man auch quasi sagt ja auch spaß so ja man da wird freundschaft ein bisschen grill weil es halt so ein spiel ist wo man halt ja klauen kann und sterne klauen kann und vermieseln kann also gemeine sachen halt und ja und genau wollten wir einfach weil er dann noch ein bonus bonus level gibt also ein bonus wollten war das auch noch freischalten gestern aber gestern war es dann zu spät dann haben wir gesagt nee das machen wir dann halt heute also heute wird es noch mal gespielt wenn wenn das alles ja gut hinhaut und so mal gucken das heißt kann sein dass es heute wahrscheinlich auch nicht auch kein das ist kein stream gibt es auch gibt es gibt auf jeden fall kein stream weil wie gesagt weil weil ich ja arbeiten bin ich will arbeiten und da habe ich echt keine zeit also es wird auf jeden fall es sei es so sein dass es echt jetzt lass mal so glaube ich das lass mal so dass ich auf jeden fall keine zeit habe und wir müssen man muss durch die tür gehen genau man muss durch die tür gehen waren wir auch und ja es ist halt halt die sache also wie gesagt es hat auch sehr viel spaß gemacht auch wenn es mal ein bisschen anstrengend war aber ansonsten war es sehr lustig und es ist auch noch mal schön schön entspannt wenn ich auch mit meine familie was unternehme und so und es tut allen auch gut wenn man mal mit der familie was machen möchte und deswegen war ich ganzen tag mit familie weil es mir immer noch wichtiger ist als youtube ne und deswegen wird auch heute es wird auch kann auch sein dass vielleicht die ganze woche ruhig bleiben wird auf mein kanal daher ist da ich ja wie gesagt arbeiten muss und da die zeiten nicht immer ja das sehr spät ist immer um 20 uhr und ich weiß halt jetzt nicht vielleicht vielleicht wenn es klappt am mittwoch oder donnerstag mittwoch vielleicht beim mittwoch habe ich vielleicht eher weil mittwoch ist immer an den tag wo wir nicht so viel zu tun haben aber da kann ich leider nicht genau sagen vielleicht wie gesagt vielleicht wird es dann an den mittwoch vielleicht wieder stream kommen aber ich kann euch wie gesagt nicht versprechen wie gesagt weil Arbeit geht für mich vor das ist immer und wenn und das ist halt und das ist aber gut dass es auch ihr versteht also verständnis habt Wie gesagt gestern war ich jetzt nicht online Aber Ist nicht schlimm ich denke ihr wisst ja mittlerweile dass ich ja Ja auch arbeite und es ist mir auf jeden fall wichtiger ist Das ist halt wichtiger ist als youtube Und deswegen ja kam halt heute nix kam gestern überhaupt nix Gestern wollte ich ja halt Vieles an noch streamen minecraft und nochmal hiro warriors Aber wie gesagt Da war halt mit family Ja war ja als CT wurde eh ausgefallen Auf meinem auf dem Einen anderen account Und auf dem Haupt account Weil Keiner Zeit hatte Deswegen Ja Ist es halt so Aber Ist ja nicht schlimm Ich Ich Die stadt ein bisschen Ausbauen Wie gesagt ich werde es auch wie gesagt privat also so offline hier weiter bauen damit man Damit man vorankommt weil Sonst habt ihr immer noch die stadt und so und ich will halt gucken dass ich da weiter baue wo Ich da mit euch noch mal zusammen baue ohne dass sie da so gelangweilt Also so starr steht und sitzt das ist ja auch nicht auch nicht gut Ist auch nicht so schön wenn man Wenn man weiß dass es dauert voll lange und dann ist man gezwungen das zu gucken oder Ähm nicht gezwungen aber man will halt ähm neues gebautes sehen und deswegen mag ich auch zwischendurch Ähm offline bauen ähm weil es auch viel spaß macht mal ein bisschen offline zu bauen Und mal weiter zu bauen damit Fortschritte wie gesagt gesehen Gesehen wird Aber ich kann gerne auch in die kommentare schreiben wie ihr das ganze so findet und Ähm ist es ja noch ziemlich leer ihr seht aber ich überlege auch dass es sehr schmal ist Da passen nicht so viele häuser rein ich bin überlegen ob ich nicht die mauer Wo ich das hier länger mache das hier das länger mache ich kann ja auch überlegen dass ich das hier trotzdem stehen lasse und einfach die mauer lang weiter ziehe Aber ich muss mal gucken weil ähm weil es da auch ein bisschen 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 zu zu schmal weil da passen nicht so viele häuser rein Deswegen Dass der Ton so bleibt Vielleicht ich muss mal gucken wie das aussieht Zur Not muss ich das halt leider Ähm leider Muss ich das halt verschieben Muss ich halt Verschieben bauen Aber ich will halt das ist halt halt Weil die häuser kann man nicht so richtig Mikro klein bauen weil sonst geht nichts rein außer ein tisch oder so Es muss schon bette betten und so rein rein bekommen Man muss halt sehen hey die leute haben halt nicht so viel manche haben sehr viel manche haben nicht so viel Ähm Zeug oder Geld oder so Keine Ahnung Deswegen Ich ja So erstmal wieder Das hier Ich muss mal schauen dann Wie das dann aussehen würde Wenn das da Und wenn das halt nichts aussieht dann muss ich das halt Ähm anders dann machen weil dann Ich will halt das dann halt Es halt schön aussieht ne Ich will nicht dass es so Ähm Aussieht als hätte ich das Konnt Ähm und so ne Ihr wisst ja was ich meine Ähm So erstmal hier Kaputt machen Ja Und das war halt die ganze Sache Und wie gesagt Heute wird auch vielfach kein Stream kommen Also wie gesagt Mittwoch hätte ich vielleicht Zeit Also Ne Aber ihr habt denke ich Verständnis dafür Das weiß ich Aber ich bin immer so Ich sag's immer nochmal weil Ich manchmal Gefühl habe dass nicht alle es verstehen Auf Youtube Aber Nur das Gefühl Ob das so ist es ist Da hab ich keine Ahnung Es ist nur Mein Gefühl Mein Gefühl sagt immer Manchmal so aus als Ungewollt so aus So 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 Ich So für mich zu klein. Ich mag es immer lieber, wenn man die Häuser nicht so sieht. Also vielleicht nur ein bisschen den Stall sieht, aber die Häuser nicht in der Stadt sieht oder so. Das habe ich schon so gerne. So, ähm... Ähm, ja, ja. Und, ja. Und ich werde ja auch offline, ähm, die Fähne, mein Fähne leveln, also in Star Stable, ähm, meine Fähne leveln. Ich gucke, dass ich auch Zeit habe für Star Stable. Dass ich nur für Minecraft Zeit nehme. Ähm. Weil... Ich habe einiges ab... Es ist einiges noch zu tun hier. So. Genau. Und hier wäre die Tür. Genau. Quasi. Aber ich muss sowieso die Türm weiter höher machen. Weil da habe ich auch weiter höher gemacht. Aber bevor ich den Türm weiter höher mache, muss ich gucken, ob ich dann privat, äh, dann dann später doch, nehmen wir aber noch weiter langziehe. Um zu gucken, ob das, wie das aussieht. Und das muss ich dann kaputt machen, das hier. Weil dann halt, weil ich finde, finde es sehr wenig Platz für Häuser. Weil das unterschätzt man echt krass, wie viel Platz das alles so braucht. In Minecraft. Trotz. Ähm. Ich muss mal Wetter, 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 Den Regen mal aus. Und ich überlege auch, einen anderen Boden zu nehmen. Ich will halt, dass es unterschiedlich aussieht. Ähm. Was ist das denn? Einen tiefen Schieferziegel und ganz dunkel. Hm. Mal gucken, wie das aussieht. Dass wir das unterschiedlich Böden sind, wisst ihr? Dass es nicht halt so gleich aussieht. Weil wenn ihr in echt eine Burg seht, dann ist es ja auch unterschiedliche Böden. Ja, so. So. Aber ich denke mal, das ist, das glaube ich, was ich da euch informieren möchte. Was ich gerade so informieren wollte. Ähm. Wie gesagt, ähm. Hm. Ich überlege, ob ich das doch die Krätze so lasse. So. Das ist ja zu den so. Ich weiß nicht, ob das so lasse oder so. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, euch das so gefällt oder wie das auch der Stein ähm, soll. Und das ist halt der, hier ist halt der Weg quasi durch die, durch die Stadt. Weil es soll ja auch noch so, ähm, Märkte geben, wo man halt kaufen kann und solche Sachen. Ähm, das soll ja auch geben. so, meine Lieben. Aber mit dem heutigen Video verabschiede ich mich. Ich werde das offline weiterbauen und dann werde ich euch das präsentieren, sobald ich wieder streame. Und ja, ich sage jetzt mal Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen, danke fürs Verständnis und, ähm, wir sehen uns auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn wir, ja, wenn ich halt wieder streame, also dann wünsche ich euch noch was macht's gut und bis zum nächsten Stream. Ciao, ciao, äh, ja, Video oder Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.